Einen drückt der Fussball-Podcast aus Basel mit der 143. Episode heute mit einem speziellen Gast für mich. Einen, der schon mal hier war, ehemaliger Juniore-Trainer vom FCB und Stürmerlegende vom FC Gelderkind. Herzlich willkommen, Dave. Schön, dass du hier bist. Ciao, Vatris. Schön, ja, hast du mich? Merci für das Bier. Sehr gerne. Ein alkoholfreies Weizenfrisch. Wie ist es? Gut. Ist okay? Ja. Wenn man so zu Mittag aufnimmt, sollte man ja nicht zu viel Alkohol trinken. Sonst reden wir nur Bullshit. Das könnte ja sein. Über was reden wir? Super League ist passiert, aber nicht mega viel. Auch nicht für den FCB. Was mir gerade so anspringt aktuell ist IB. Ja. IB hat gestern gespielt. IB hat sich für Champions League qualifiziert, wo ich sogar noch heute eine böse Nachricht bekommen habe, dass ich das gepostet habe, dass man so etwas nicht sehen will. Aber es ist nur eines gewesen. Dass man sich scheinbar nicht freuen kann, als Schweizer, wenn sich IB qualifiziert. Wieso nicht? Ja, das sieht man sehr unterschiedlich. Ich bin jetzt auch nicht so emotional gewesen, wie ich es zum Beispiel beim FC Thun damals gewesen bin. Aber ich glaube auch mehr, weil man es einfach hätte erwarten können, die Qualifikation. Die hast du miesen eintüten. Hast du den Match geschaut? Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ein bisschen darüber gelesen, dass es relativ unverdient ist. Also wenn man das einzelne Spiele anschaut. Über beide Spiele war es taktisch schon gut eintütet vom Vicky. Ja. Aber jetzt in diesem Spiel im Wankdorf waren die Israelis jetzt nicht unbedingt ein schlechterer Team. Sie hatten einfach keine Goalschancen. Also vor allem die gewagte Aussage. Du verlierst 3-0. Ja. Und bist aber eigentlich das bessere Team. Sie hatten massive Chancen. Ich glaube, drei Pfosten-Latten-Schüsse. Sehr viel Pech im Abschluss. IB sehr viel Glück. Ich glaube, Expected Goals war kurz vor Schluss. Sie waren 0,18. Aber sie haben drei Goals geschossen. Also das ist vielleicht noch ein bisschen höher gegangen als am Schluss. Sie hatten noch ein, zwei Chancen. Es war nicht mega unverdient, aber schon mit ein bisschen Dusel. So das typische IB auf dem Kunststrasse. Wenn sie dann kommen, dann machen sie es einfach. Irgendwie haben sie die Qualität seit ein paar Jahren. Ja und vielleicht ist schlussendlich einfach das Resultat von vielen Jahren guter Arbeit. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Der Speicher macht einen hervorragenden Job. Ja. Sie sind sehr nachhaltig in der Kaderplanung. Ja. Sie können mittlerweile halt auch das internationale Geschäft fast budgetieren. Und das hilft natürlich. Und sie haben sich die Qualifikation durch das vielleicht auch etwas verdient. Ja. Ja, eben. Über Losglück und so kann man sprechen. Mein Gott. Die Israelis sind auch nicht so schwach gesehen, wie wir oft denken in der Schweiz. Die Meisterschaft ist schon. Sie sind unangenehm, sagt man immer. Nazi, sage ich immer. Die Watch eigentlich nicht. Auch wenn sie dann noch Platz 50 auf der Welt sind. Aber sie können einfach schalten. Oder sie haben irgendwie so eine... Sie kommen auch immer mit viel Druck und pressen und laufen viel. Absolut, ja. So ein bisschen unangenehme Gegner. Und das waren die ja auch. Und es hat nach zwei Minuten schon ein 1-0 stehen. Eine riesen Aktion oder einen Pfosten. Und ja, keine Ahnung. Aber eben die Fallhöhe ist ja in dem Fall... An der Werf ein war jetzt nicht gewaltig. Du schaltest sonst noch Europa League. Ja. Du kannst immer noch vor 10 Millionen ausgehen. Du hast immer noch Gegner, die man in einer Conference League nur davon träumen kann. Vor allem, wenn du in der Conference League Quali-League bleibst. Ja, das ist ja schon... Letztes Jahr, vorletzt Jahr, habe ich mir die Gruppenphase nachgeschaut. Europa League. Da habe ich mir gedacht, ist das jetzt Champions League? Oder ist das das? Der Wettbewerb ist schon extrem aufgewertet worden, seit es eine Conference League gibt. Das ist definitiv so, ja. Von dem her, dort für einmal der Europäische Fussverband alles richtig gemacht, ja. Ja, aber wirklich, oder? Ja. Also weisst du, von uns jetzt, oder für den Schweizer so, wir haben uns extrem gefreut, haben uns jetzt einen Platz geholt gegen den GC, für die Conference League Quali, qualifiziert. Und dann hast du die Gegner, die so ein wenig unspannend sind. Und trotzdem haben wir es ja gewählt. Man will sich qualifizieren, man will in eine Gruppenphase. Aber Gefahr ist halt schon, wenn du als FCB lange nur Conference League spielst. Irgendwann interessiert es ja wirklich keine Knochen mehr. Ja, und vor allem, du musst ja eigentlich schon in einem Viertelfinale oder in einem Halbfinale kommen, um Gegner von Format vor die Nase zu bekommen, ja. Und ja, irgendwann ist auch die Sättigung wahrscheinlich von der Conference League ziemlich schnell erreicht, ja. Also wenn du so ein wenig schwedisches Team sagst oder so, das ist ja alles noch cool. Aber wenn sie halt nur aus dem tiefer Noste kommen, das ist halt ein bisschen... Und am Schluss ist ja nicht unser Anspruch. Nein. Nein. Aber eben, es ist so, lustig, weil wir haben auch viele im Chat davon gehabt, ja. Jetzt sind wir rausgekommen, komm, es ist ja auch mal okay jetzt, dass wir rausgekommen sind. Wir können uns auf die Meisterschaft konzentrieren. Kann auch ein grosser Vorteil sein für den FCB. Und dann merkt man auf einmal, so wie jetzt, dann wird der Match verschoben gegen Lugano. Und wir wissen ja gar nicht, wir diskutieren zum siebenhundertsten Mal über den gleichen Käse, welcher Match ist. Es ist extrem ungewohnt als FCB-Fan, dass es keine Match laufen kann. Ja. Und früher hat man ja auch die Möglichkeiten gar nicht gehabt, welche sie jetzt haben, mit dem Match verschieben etc. Es ist eine Realität, die wir uns hoffentlich nicht gewöhnen müssen. Es ist eine Momentaufnahme. Momentan sind es halt die Meisterschaftsspiele und noch ein wenig Kopp. Es kann Chancen sein, wie du sagst. Ich sehe das schon auch so. Es ist vielleicht unser Moment, zum Angreifen. Ich bin froh in Muthers, wenn ich so die Einkäufe ein bisschen anschaue. Es muss natürlich zuerst noch Geige auf dem Platz gehen. Da ist ein Haufen Arbeit auf der Timo wartet. Aber wenn das funktioniert, dann haben wir da schlagkräftige Truppen zusammen und dann können wir vorne angreifen. Ich bin überzeugt. Es war ja lange von vielen Leuten draussen extrem negativ. Das Feedback, FCB, Tage hat ganz viele Fette wegbekommen. Also auch bei uns in der Inbox massiv, auch in den Zeitungen, in anderen Podcasts. Und dann kommen die zwei, drei Tage oder vier, fünf Tage oder eine Woche, wo ein Transfer am anderen eingehütet wird. Und eigentlich alles Spieler, die vielleicht nicht mega kennst, aber wenn sie genauer anschauen, extrem viel versprechend sind, habe ich jetzt das Gefühl. Ich bin einverstanden. Das Problem an dieser ganzen Situation war, man hat gesagt, okay, wir wollen 90 Prozent der Mannschaft zusammenhalten und wir wollen in die ersten drei kommen. Dann hast du die ein paar Spieltage, du verlierst, siehst nicht gut aus, du hast eine unfertige Mannschaft plus extrem viel Abgänge. Also überall, wo etwas geboten worden ist, haben wir den Spieler verkauft eigentlich. Genau. Muss man so sagen. Und dann fühlst du dich als Fan durch die Aussagen, die gemacht wurden, sind halt ein bisschen verrascht. Das ist ja so. Wieso macht man so eine Aussage? Genau. Und das ist das grösste Problem. Sag nichts. Mach die Aussage nicht. Und verrichte deinen Job, so wie du es jetzt gemacht hast. Und dann am Schluss sagt der Fan, hey, schau mal, wir haben ein Haufen Geld eingenommen, wir haben Top-Spieler reingekauft. Wenn das funktioniert, haben wir eine geile Truppe zusammen, kommen wir sicher unter die ersten drei mit dieser Truppe. Und dann tust du die Erwartungshaltung am Anfang gar nicht schüren, was dann einfach wirklich enttäuscht worden ist in den ersten Spieltag. Und jetzt vielleicht hoffentlich wieder in die andere Richtung ausschlägt. Aber ja, das wird den Platz zeigen. Aber auch wenn du eine Aussage machst, und ich finde ja immer, die soll auch reden und die FCB soll kommunikativ sein. Du kannst ja immer noch sagen, hey, gewisse Sachen haben sich verändert. Unsere Spieler sind unglaublich beliebt auf dem Transfermarkt. Wir können krasse Ablösesummen verlangen, was man auch hat. Man hat ja richtig viel Geld eingenommen. Dann hast du Spieler wie ein Pelmar, der sich offensichtlich in Terwil. Was habt ihr liebe Terwiler oder Terwiler gemacht mit dem armen? Andi Pelmar, wir haben da auch Feedback bekommen, dass es da beidseitig ist, dass der Andi sehr scheinbar unsympathisch war auf Hundespaziergängen. Er hatte sehr keinen Bock, hier mit uns zu diskutieren oder zu reden und sehr arrogant anscheinend nichts abgelaufen hat. Das habe ich jetzt von zwei Leute gehört, die wir geschrieben haben. Wenn du es so hörst, okay, krass. Das finde ich überraschend. Aber wenn ein Spieler sich ja so offensichtlich nicht wohlfühlt, selbst in der Stadt oder in der Region, im Team ja offensichtlich auch nicht mega, das ist ja dann so einer, wo viele gesagt haben, den Pelmar müsse ich schon behalten. Von der fussballerischen Qualität müssen wir nicht diskutieren. Eben, und das Angebot war jetzt auch nicht unfassbar. Wir hatten auf dem Transfermarkt schon eineinhalb Millionen, ich glaube drei oder vier sind es gewesen, für den Storrad irgendwo dazwischen. Der giebe schon nicht ab für diesen Preis, wenn es nicht muss sein, ausser du glaubst trotzdem, dass er nicht gut genug ist. Aber wenn einer wirklich gehen will, wie jetzt der Galafiore, willst du wirklich, auch wenn du so eine Aussage gemacht hast, bringt es im FCB etwas, jetzt im Galafiore zu sagen, nein, du gehst nicht. Nein, das bringt gar nichts. Das bringt nichts, oder? Nein, aber die Aussage eben, die Aussage war falsch und von einem Ex-Profi-Fussballer verlange ich, dass er das weiss. Ja. Fussball ist schnelllebig, sei es jetzt, wenn man Trainer ist, aber auch wenn man Spieler ist und wenn es ein richtiges Angebot ist, gerade in einer Schweizer Liga, wo wir immer noch in der Ausbildungsliga sind und wir wollen es ja auch sein, dann gehen die Spieler. Und der Verein sackt das Geld ein und das ist auch richtig so. Aber mach die Aussage nicht. Und ich bin überzeugt, er hat daraus gelernt und er wird die Aussage in Zukunft ein. Nein, aber du kannst die Aussage einfach ganz einfach machen. Du kannst einfach sagen, wir, also du kannst jetzt auch jetzt, ich habe zum Beispiel die Hoffnung, dass die aktuelle Karte jetzt so, kann ja auch ein bisschen zusammenbleiben. Das sieht eigentlich aus wie ein Kader, der könnte zwei Jahre zusammenspielen. Theoretisch. Und das kann man ja also sagen, unser Ziel ist, dass auch die Jungen, dass die alle und auch wenn einer performt, dass die jetzt zwei Jahre da sind, weil wir dieses Jahr jetzt so ein bisschen angriffen wollen und nächstes Jahr richtig angriffen. Aber wenn natürlich ein unmoralisches Angebot kommt, dann ist ganz klar, dass wir einen Spieler geben. Wenn einer sich jetzt massiv zeigt und dann einfach richtig gut ist, also wenn jetzt der Gauto 15 Goals schiesst mit 19 und einfach der Beste ist auf dem Platz und dann kommt wieder irgendein Engländer und bietet 20 Millionen. Wir müssen ja gar nicht diskutieren. Der Gischt. Richtig. Aber darum sage ich gar nichts. Ja. Wieso würdest du jetzt so eine Aussage machen? Wieso würdest du sagen, ja, wir wollen die Mannschaft zweit? Nein. Finde die richtige Mischung zwischen den erfahrenen Spielern, zwischen den Spielern, die wir auch behalten wollen und die vielleicht nicht unbedingt das riesen Potenzial haben, um ins Ausland zu wechseln, wie ein Schmid vielleicht. Finde die Mischung, hole von mir aus die talentierten Jungen dazu und wenn nach einem Jahr das so gut war, dass er uns in die Champions League geschossen hat, oder zum Meistertitel sagen wir jetzt, und dann auch noch für 20 Millionen verkaufen, ja dann Messi und tschüss und dann holst du den nächsten. Du brauchst aber das Grundgerüst, weil sonst fährst du immer wieder bei Null an. Genau. Und dort habe ich jetzt ein bisschen ein Problem gesehen. Absolut. Und die, die so gut waren in letzter Saison, die haben uns auf den fünften Platz geschossen. Aber auch in der Conference League Halbfinale. Und um noch schnell ein bisschen auszuscheren, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Ich habe in letzter Zeit ganz viele Matches geschaut in letzter Zeit von unseren Ehemaligen. Unter anderem habe ich beide Matches vom Endoi geschaut, fast die ganzen. Und sein Anfangsprogramm war jetzt alles andere als einfach mit Juve und Milan. Und dann siehst du den Jungs einfach, er war einfach der Beste für mich in beiden Matches auf dem Platz sogar. Also sogar vom Gegner. Er war ein ständiger Brandhard. Und ich habe vor dem Vorgespräch schon kurz gesagt, er hat diesen Schritt ja schon diese Saison gemacht. Man hat vor letzter Saison, wo er eigentlich schon lange der Beste war oder Ende Saison sicher der Beste war, auf diese Saison hat man einfach gemerkt, ohne den würde gar nichts mehr bei uns gehen. Und jetzt tut es mir jetzt einfach. Er zieht jetzt Rico von der neuen Mannschaft in der neuen Liga an. Und er ist auch dort durch die Beste. Ja. Da möchte ich ein bisschen entgegnen, vor allem wegen dem Anfangsprogramm. Ich sage, das Anfangsprogramm war für ihn dankbar. Weil von seinen Anlagen her, er ist ein schneller Spieler. Yes. Und sie haben ihn vor allem auch wegen diesem geholt, bin ich sicher. Sie haben nämlich auch noch andere Spiele im Kader und tun sich dann noch verstärken. Mit dem Galafiori unter anderem. Zum Beispiel, ja. Aber wenn sie den Ball haben, bin ich nicht ganz sicher, wie fest sie dann am Schluss auf der Endoi ersetzen werden. Das werden wir sehen. Ja. Wenn sie den Ball wenig haben, wie in dem Spiel gegen Juve, gegen Milan, dann ist es so, dass er Endoi natürlich eine Riesenwaffe ist. Also der kann schicken und hat eine Technik, die dann im 1 gegen 1 einfach erfolgreich sein kann. Was er einfach nicht hat. Und das haben wir auch in diesen Spielen gesehen. Er ist nicht torgefährlich. Nein. Und ich bin überzeugt, dass wenn er das auch noch hat, dann wäre er nicht nach Italien oder dann in einen grossen Verein. Und sonst halt nach England gewechselt. Und darum glaube ich, ja. Die Saison wird es zeigen. Er ist jetzt da und ich habe das Spiel auch gesehen. Er war der Beste zusammen mit einem, zwei anderen. Wir werden das sehen, wenn sie mehr den Ball haben. Wenn sie gerne einen schlechteren Gegner spielen. Wie das dann aussieht. Aber weisst du, ich vergleiche auch mit früher. Wenn eben die Schweizer in eine grosse Liga gegangen sind, dann habe ich eben die Matches geschaut. Das war eben auch schwierig, die Matches zu schauen. Aber dann sind sie oft einfach eher schlecht gesehen. Oder hatten schlechte Aktionen. Die Freien haben immer gesagt, sie sind nicht fit. Sie können ohne spielen. Das hat sich ja schon massiv geändert. Und wenn du sagst, das kommt ihm natürlich entgegen, diese Mannschaft. Er hat natürlich eine Bar in der Serie an, wo er die Waffe nutzen kann. Ein paar starke Teams. Aber es hat mir trotzdem gedunkte. Er war auch immer anspielbar. Er hat sich auch wirklich angeboten. Das hat er bei uns ein wenig gemiessen. Oder er hat es schon auch gemacht. Aber oft haben sie ihn auch gesucht. Und nicht nur zum Schicken, sondern zum Anspielen. Er ist auch oft in die Mitte gezogen. Einmal auch ganz schlecht in die Mitte gezogen. Da gibt es einen Konter. Er ist in die Mitte. Er ist am ersten vorbei. Am zweiten war es gegen Juve. Und der dritte hat ihn dann verwischt. Und dann sind sie zu viert. Das darfst du halt nicht machen. Während jeder Juniore-Trainer läuft nicht zu lange quer über den Platz. Aber ja, es hat mich trotzdem beeindruckt. Und ich glaube, da haben wir wieder auf lange Sicht einen Nazi-Spieler, den wir Freude haben können. Ja. Nein, da bin ich absolut einverstanden. Und die Schweiz macht ja auch einen riesenguten Job. Mit der Schweiz meine ich auch alle Vereine. Ja. In der Ausbildung. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind ein kleines Land. Und für das, dass wir so viele Spieler jetzt im Ausland haben, wollen wir einen extrem guten Job machen. Wir können nicht einfach eine Stadt mit fünf Millionen und dort einfach alle Junioren abschöpfen. Sondern wir sind kleine Städte. Wir sind ein kleines Land. Ja. Und für das machen wir wirklich einen sehr, sehr guten Job. Das sehe ich auch so. Mir ist sogar der Abyscher aufgefallen bei Bologna. Der macht, also es hat mir gedacht, beide Schweizer sind eigentlich sehr auffällig. Der Abyscher war immer okay bei IB. Es hat jetzt nie einen gesehen, den ich jetzt mega, mega toll gefunden habe. Aber er ist schon ein reifen… Stabil. Ein stabiler Spieler. Er ist wirklich so der Schweizer ein bisschen Sackmesser. Oder ich weiss, ich kann nicht sagen, was sind seine Stärken. Aber halt wenig Ballverluste. Immer verlässlich. Es ist viel gelaufen. Und irgendwie hat mir die Bologna-Mannschaft gefallen. Irgendwie hat es noch beeindruckend gefunden. Und du bist ja auch noch ein Abyscher-Bologna-affiner Typ. Ja, und Trikots sind eben auch noch irgendwie geil. Also, ja, da hatte ich schon ein bisschen Liebe dafür. Nein, es war cool. Und dann habe ich gestern, also auch das erste Mal schon geschaut, vor dem Burger gestern auf irgendeinem Stream, den die Welt bietet. Und dann sehe ich einfach, gut, in den zweiten Minuten heilt dann einfach schon mal rein. Der Burger macht das Goal. Und dann sieht er einfach aus. Es sieht aus, als wäre er der grösste Edeltechniker, den ich jemals gesehen habe. Da hat er dem FCB schon einmal andeutungsweise gezeigt, dass er... Trotz seiner Grösse ist es eine gute Technik. Ja. Es hat immer elegant ausgesehen. Aber ich weiss jetzt nicht, ist die Liga wirklich... Wir machen es immer sehr gut, die Championship. Und wenn du die Mannschaften dann anschaust, volle Stadien, grosse Stadien, grosse Mannschaften. Aber fussballerisch ist er als guter Gegner schwach gewesen. Aber es ist schon... Boah! Der hat Platz gehabt. In jeder Aktion hat er Zeit gehabt. Mhm. Es ist gut. Das war, glaube ich, Rotterham. Es war wirklich ein Gurgenteam. Ja, aber ich vergleiche so ein bisschen... Magst du dich erinnern, als wir in Schottland waren? Ja, genau. In diesem Fussballspiel. Ich vergleiche so ein bisschen mit dem. Weisst du es? Selte gegen Dundee oder sowas? Ja. Auf jeden Fall. Also... Das ist etwa ein Niveau, habe ich das Gefühl, dort in der zweiten Liga. Und du hast mehr Zeit. Und vielleicht muss uns das auch die Augen öffnen, dass die Super League gar nicht so schlecht ist. Es ist ein bisschen so. Und das ist dort... Wir haben nur einen Match gesehen. Wir sind in Schottland gesehen. Wir haben gedacht, okay, jetzt gehen wir mal das grosse Seltego schauen. Wir haben gesagt, egal, Seltego oder Rangers, der, was spielt, dann gehen wir. Und die Hütte voll und die Stimme gut. Und dann fährt er mal... Es ist so ein Himmel... Es war so schlecht. Ja. Also es ist keine Ahnung. FC Wohle gegen... Ich weiss nicht. Es ist einfach... Es ist einfach... Ball, Kerzen, 30 Meter in die Luft. Fehlpass nach und näher. Dann mal wieder ein harten Zweikampf mit Ellenbogen, aber... Das war ein Tebakel. Und der 0-0 war das Wetter, oder? Das war das bestes Bier. Ja. An der Wurst habe ich noch gefressen. Ich dachte, die hätte ich auch kaum essen können. Ja, aber es ist teilweise... Wir merken ein bisschen, dass vielleicht... Oder was ich mehr sagen will... Alle Spieler, die jetzt vom FCB weg sind... Berger... Beste Mann in Stoke... Die auf... Ich habe nur kurze Zusammenfassung geschaut. Auf Französisch. Mein Französisch ist nicht das Beste. Aber sie haben, glaube ich, über 22 Uhr gesagt... Äh... Der Spieler ist unglaublich. Ja, der macht es gut, ja. Also... Spielt Toren praktisch. Ja. Und die Notbenotigung, die ich sehe... In der Map, wo ich auch einen Achter hatte... Und der Rest der Mannschaft war eigentlich 6,2. Also, aussagstark. Der Pelmar ist auch anscheinend der Beste noch gewesen. Aber eben Tabellenletzten... Der... Amduni... Ja, der einzige Woche Shooter im Kader... Von Burnley. Also es ist... Es ist... Der Abgänge... Also ich will damit nur sagen, dass... Dass die Abgänge halt schon gewaltig sind vom FCB. Ja. Die Spieler sind gut, die gegangen sind. Ja. Und trotzdem sind wir fünfte Worte. Wie du vorhin gesagt hast. Eben. Und das ist eigentlich schon fast pervers. Du siehst die Qualität der Spieler... Und dann ist auch meine Frage... Ist jetzt der Rest des Kaders so schlecht? Stimmt Motivation nicht? Stimmt Kraft nicht zwischen Europäisch und Meisterschaft? Mhm. Weil wenn das ja so siehst... Also Spieler in der Top-Ligen, die liefern... Ein paar haben ja gar nicht... Gut, um alle... Es ist gestern 10 Uhr wieder vor Schluss reinkommen. Darum läuft es noch nicht so. Sekiri, der ist glaube ich immer noch... Plus minus vereinslos. Also da weiss ich nicht, was der anzieht. Weil... Deadline ist jetzt gleich. Dann ist nur noch die Schweiz offen. Am Schluss geht es auch noch zur IB. Ja. Also... Du hast ja die Spieler auch gesehen. Hast du das Gefühl gehabt, unsere Spieler waren top motiviert? Nein. Also... Ich finde... Ein motivierter Spieler, das transportiert sich immer ins Publikum rauf. Und du siehst ihm es an. Und... Ohne jetzt... Ja, da spezielle Spieler irgendwelche Vorwürfe zu machen. Aber ich hatte wirklich nicht das Gefühl gehabt, dass sie alles für den Erfolg machen. Und sich da... Jetzt in der Einzelperson unterordnet wie in dem Team. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe das... Ich habe ein Gefühl... Ich habe das aber... Beim Endoi habe ich es gesehen. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er in der neuen Saison... Er hat sich verrissen. Obwohl ich ja wohl schon gewusst hätte, dass es einen Transfer gibt. Er ist immer noch massiv gegangen. Also vor allem in der neuen Saison eigentlich. Ja. Es war auch der, der richtig geliefert hat. Und zum Beispiel beim Burger hast du meiner Meinung nach gemerkt, er hat keinen Bock mehr. Das ist so, ja. Und das schon ein bisschen länger. Ja. Ich habe beim Belmar das Gefühl gehabt. Beim Belmar... Eben. Ihn kannst du nicht lesen, weil er ist schon hierher gekommen und hat eine Fresse gezogen. Also auf jedem... Ein Interview mit ihm und er zieht den Letzten. Also da ist immer das, was mit dir läuft. Ja. Ist einfach so. Aber eben, da hat es wirklich... Da hat es so nicht gepasst. Ja. Ich meine, es ist möglich. Und am Schluss sind es Menschen. Also sie... Aber sie verdienen einen Haufen Geld. Und auch wenn es dir einmal nicht läuft, oder wenn du nicht so motiviert bist, die Mäten kannst du immer machen. Ja. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja, das unbedingte Wellen und eben das, was du sagst. Das, was in Basel immer so gelebt wird und gefordert wird, dass man einfach... dass man geht. Und... Kannst du jetzt den Dave nicht in Ruhe lassen. Einfach das... Ja, eben das, was du sagst. Das wird dann auf Fernsehen ins Stadion übertransportiert. Und dem ist auch kein Böse. Wenn einer will. Genau. Wenn einer rennt. Wenn einer versucht. Der Miller, sage ich jetzt zum Beispiel. Mhm. Auch wenn es dann einmal sehr... ...kopflos gewesen ist von ihm. Äh... Oder sehr ohne Erfolg. Am Schluss. Juna. Kannst du dich jetzt nicht verpissen. Komm. Sitze. Sitze. Und platze. So ist fein. Sie macht hier ein Theater. Sie ist gerade von ihr Mittagsschläfchen aufgewachsen. Aber es geniesst ja schon mit dem Tauli. Ich meine, er ist ja kein Edeltechniker. Aber er steht auf dem Platz und er verreisst sich. Ja. Und er lebt für diesen Verein. Und das spürst und das merkst. Und du musst nicht der Beste sein. Aber ihn hast du doch einfach gerne im Team. Er ist gerne auf dem Platz. Er ist gerne im Training. So spielen braucht es. Ist schon länger nicht mehr auf dem Platz gewesen. Aber ja. Aber wir haben es wenig, solche Spieler. Ja. Weil Fabian Frey in Ehre. Ja. Er ist schon lange dabei. Er macht sicher auch alles. Aber er transportiert die Emotionen nicht. Nicht so. Nein, überhaupt nicht. Nein. Und zu unseren 90 Prozent, wo die Mannschaft zusammenbleibt, Liam Miller kurz verwechselt zu Sheffield Wednesday. Ah. Blackburn will now. Preston will now. Rotterham will now. Cardiff City will now. Also der zieht jetzt auch in den Championship. Okay. Und seien wir mal ehrlich. Wenn wir Geld von dem bekommen, dann darf der gehen. Finde ich auch, ja. Ja, vor allem mit den Leuten, die wir jetzt geholt haben. Ich glaube, er hat sowieso nicht mehr so verrückt viel gespielt. Nein. Und man hat schon länger gerüchtenmässig gehört, dass er sehr gerne auf Denizlein wechseln würde. Da haben wir ein paar Insights gehabt. Er hat auch schon länger gesagt, was er will. Und ja, ich glaube, das macht es jetzt auch nicht mehr aus. Er war zwar mein Liebling, nicht fussballerisch, aber der Kanadi. Ich hatte das Gefühl, er fühlt sich da wohl. Mhm. Er war im Joggen, in der Badung, mit der Familie und so. Er war sehr offen, sehr umgänglich. Er hat auch zurückgeschrieben, wenn du ihn geschrieben hast. Okay. Ein easy Dude. Aber ich glaube, die Kanadier sind einfach so. Und am Schluss, ich weiß nicht, du verdienst auch noch ein bisschen Geld. Ja, natürlich. Das wird auch stimmen. Es sind auch gute Vereine. Am Schluss, was ich will sagen, es ist ja so verrückt. Du bist einfach da, du sitzt in den Gerlangen. Du bist der Heiko Vogel. Du bist jetzt Sportchef. Und ich sage immer noch, in meiner Welt ist immer noch ein Fax. Und es kommt einfach die ganze Zeit ... Für jeden Spieler bekommst du irgendein Angebot. Und dann musst du einfach sagen, ich sage jetzt einfach etwas. Jetzt alle sind für den Müller, dreieinhalb Millionen. Sag einfach etwas. Und dann sagst du einfach, ja gut. Ich habe zwar gesagt, es bleiben alle. Aber ja, dann geh doch. Ich bekomme ja einen für dreieinhalb Millionen. Ich bekomme einen, der wohl besser ist. Absolut. Und dann muss der gehen. Und ich sage nochmal, das Geschäftsmodell vom FCB spreche ich nicht per se schlecht. Es hat, es birgt Gefahren. Ja. Das ist klar. Und die kennen wir alle. Aber du darfst halt einfach die Aussagen nicht machen. Und dann ist alles okay. Es ist relativ einfach und simpel. Ja, ich sage nochmal etwas erklären. Er hat ja gesagt, er hat einen Plan. Und er hat ungefähr 24 geredet. Bis dann sind wir gesund. Bis dann müssen wir allein spielen. Wir haben gar keine Kohle. Wir machen allein spielen mit Kaufoptionen. Das hat er gesagt. Nachher wollen wir das nicht mehr. Jetzt haben wir keine Leihspieler mehr. Nur Demir. Eigentlich hat er alles, was er gesagt hat. Es stimmt ja eigentlich auch. Er hat sich mit diesen 90 geredet. Aber das war Quatsch. Aber ich finde einfach immer noch, du kannst ja einmal anstehen, so quasi, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Und auch sagen, hey, habe ich so gemeint, ist unser Ziel gewesen. Und am Schluss hat es einfach drei, vier ... Und ich sage es nochmal, wenn ich vor einem Jahr angefangen habe, habe ich Diskussionen mit dem Huck und wir haben beide gesagt, ich sehe vielleicht ein Spieler, der vielleicht irgendwann einmal Geld bringt. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, äh ... Ja, nein, in Deu habe ich gesagt. Aber so, da habe ich gedacht, so drei, vier Millionen vielleicht. Und dann vielleicht noch ein anderer. Also der Amtunino, der ist mir klar gewesen. Ja. Der hat schon dort auf der Bank gehockt. Und so ist eigentlich keiner. Und jetzt verkauft man ja ... Das halbe Team. Das halbe Team für Geld und nicht für nichts. Ja. Wir geben sie nicht gratis. Und das ist ja schon ... Eigentlich gut, aber natürlich. Ja, ja. Wir haben jetzt die Saison angefangen mit einer Rumpeltruppe. Eigentlich. Ja, das ist so. Und was natürlich in die ganze Diskussion und Transfer jetzt hineinspielt, ist die Saudi-Liga. Es findet halt einfach eine Verschiebung statt. Ich meine, die holen jetzt mittlerweile ja nicht nur Altdientes, sondern die holen Talente. Wer ist jetzt ... Junge, ein 21-Jähriger. Wer ist jetzt ... Wer ist jetzt ... Wer ist gelachen darüber? Der Namen kommt mir nicht hin. Aber wer sagt, sei lächerlich? Ah, ist er Spaniel? Ja, ja. Ja, ja. U21-Jährige. Ja, ich kenne ihn eigentlich, aber ja. Auf jeden Fall. Junge plus so, die, die zumindest im besten Alter sind ... Der Toni Gross hat geschrieben, dass er das Lächeln löst. Genau, der Gross hat das geschrieben. Ja, die schmeißt halt jetzt einfach mit dem Geld umgekehrt. Und es geht halt eine Verschiebung durch das. Es ist nicht nur noch England, sondern es ist plötzlich auch noch Saudi-Arabien. Ja, und durch das verschiebt sich auch der ganze Transfermarkt. Alle sind sich jetzt nicht sicher, wenn der Transfer Schluss ist, ob dann wirklich Schluss ist oder ob dann am 10. September noch einer nach Saudi-Arabien wechselt. Und das ist crazy. Und das ist aber auch das Problem für uns. Weil das bedeutet, dass wir nachher als kleine Schweiz nicht noch sagen können, ja, jetzt ist Transferfenster bei euch zu. Wir holen jetzt noch den Talentierten, der bei euch keine Spielzeit hat. Du weisst schlichtweg nicht, weil plötzlich geht dort einer noch weg. Er verhandelt mit der sächsischen 2. Liga gleichzeitig. Was auch immer. Und verdient dort 4 Millionen. Ja, oder sie holen eben einen alten. Und dieser Junge hätte dann plötzlich in dem Verein, wo er ist, wieder Einsatzzeit. Ja, klar, ja. Und dann wollen sie nicht abgeben. Ja, soweit habe ich gar nicht gedacht. Das ist natürlich ja logisch. Ja, da ist einer hinten dran. Genau. Und du weisst nicht, ob quasi jetzt der Totti noch geht. Nein, es ist crazy. Es ist eine völlig neue Zeit. Weil wir hatten immer den Vorteil, dass das Transferfenster schliessen. Ich glaube, heute in Nacht irgendwann mal oder morgen. Und wir können noch reagieren. Wir können dann noch zu den Freien, wer spielt bei euch nicht. Oder perspektive doch natürlich, kommen sie von allein, der Genta. Ja. Und sagen, fuck. Wir haben gemeint, er wechselt noch. Und jetzt, und dann ist der FCB natürlich immer eine gute Adresse gewesen. Immer im Schaufenster, international. Ja. Jetzt halt nicht. Aber sonst kommt man gerne zum FCB. Und die Situation wirst du jetzt einfach weniger haben. Spannende Zeiten. Das macht es ja auch spannend, das Saudi-Arabi. Aber es ist schon, ich habe, was war es gewesen? Gestern, ich gehe auf Blue. Und dann denke ich, okay, schaue ich eBay. Und nebenher sehe ich irgendein Al-Nasser. Ja, die zeigen alle Spiele. Die zeigen alle Spiele. Und dann denke ich, okay, soll ich jetzt, oh nein, was war es gewesen? Letzte Woche war es gleich die Entscheidung gewesen. Soll ich Aarau schauen? Oder im Ronaldo zuschauen? Und nein, ich habe wirklich den FC Aarau-Matsch dann geschaut. Eine Viertelstunde lang. Ich will nicht, ich will nicht reinschauen. Ich will es ja nicht. Aber ich will es auch nicht irgendwie boykottieren. Ich finde das immer so ein bisschen doof. Man sollte ja dann irgendwie Premier League auch boykottieren. Oder reden wir dann über die Menschenrechte. Die Premier League macht ja auch alles mit Kohle. Die kaufen auch alles kaputt. Also alle. Ich meine, Premier League als Liga. Und dann alle grossen Vereine machen ja das seit Jahren so. Ja, natürlich. Und jetzt kommen halt noch zwei der anderen grosse Vereine und machen es auch noch. Und das schmeckt ganz gross natürlich nicht. Obwohl gewisse dann wieder, dass sie auch schon wieder geil finden. Weil sie können durch ihre... Ja nein, es können ja auch die Besten. Es können ja nicht nur die, die sie nicht mehr werden. Nein, aber die machen Geld, wo sie früher eigentlich nur Geld ausgegeben haben. Ja. Die grossen Europäer. Ja. Und jetzt bekommen sie plötzlich richtig viel Kohle für ihre alt dienten Stars. Ja. Und das ist etwas, was sie bis jetzt nicht gehabt haben. Das wird wahrscheinlich helfen, die Vereine zu refinanzieren. Weil sie sind ja alle in der Schuld. Ja, aber gerade Chelsea hat da ein paar Geschäfte gemacht. Genau. Zum Regularien wieder einhalten. Ja, eben es ist... Der Fussball ist... Ich will nicht sagen, man hat es schon immer gleich gesehen. Es ist einfach... Es ist noch ein bisschen gräuslicher geworden, weil die Geldmengen... Es ist nur mehr Geld. Ja, aber eben es ist... Aber es ist so viel... Weniger Romantik, mehr Geld. Aber es ist so viel mehr Geld. Und ich sage ja immer auf dem Niva. Wir reden ja immer davon. Wir sagen ja, wir reden ja die armen... Oder die Superliga oder die armen FCB-Spieler. Die kriegen ja nichts im Verhältnis. Im Verhältnis zu uns. Kriegen sie im Monat quasi das, was wir im Jahr kriegen. Das ist jetzt ein bisschen... Ja, das ist die Beste definitiv. Und wir müssen ja das schon relativieren. Und sie verdienen nichts im Vergleich zu den Spielen in der Liga oder in der Bundesliga. Und die verdienen nichts im Vergleich mit der Premier League. Und die verdienen nichts im Vergleich mit der Saudi-Pro-League. Es ist... Wie eben, wenn wir vor Jahreskälter von 100 Millionen reden und so Spässe... Dann ist das ja völlig abstrus. Das ist ja so. Das Einzige, was ich dort nicht ganz begreife. Vor allem bei Spielen, die so ein bisschen alt dient sind. Warum machen sie nicht den Schritt wie der Messi? Ich meine, grundsätzlich Kohle haben sie. Aber willst du nicht auch noch ein bisschen etwas erleben und ein cooles Leben haben? Also Saudi-Arabien in Ehre. Ich bin noch nie da gewesen. Ich weiss es nicht. Du kriegst eine Villa mit Bediensteten. Du kriegst eine Villa mit Bediensteten. Alles gut. Aber willst du es vergleichen mit Miami? Nein, ich würde definitiv zu Miami. Ist doch klar. Ja, logisch. Ist für mich kein Thema. Und das ist das, was ich nicht ganz begreife. Wieso musst du dich denn noch so vergolden? Was... Weißt du, Mensch? Haben wir schon x-mal diskutiert. Das verstehe ich viel nicht. Du willst über Generationen hinweg Reichtum für deine Familie. Du wirst... Keine Ahnung. Neymar wird noch in 400 Jahren vor seinen Kindeskindern... Weiss man, das ist der grosse König Neymar Junior gewesen. Der hat uns das ganze Familienreichtum geholt. Ich weiss nicht, ob es das ist. Und vielleicht ist es auch gekommen. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber ich stelle mir jetzt vor, ich bin 10 Jahre jünger, bekomme das Angebot. Keine Ahnung. Und sage, ich mache das für zwei Jahre. Ab 30. 31, 32. Wenn du jetzt wirklich ums Frecken, nicht willst du Champions League gewinnen. Und du kannst ja auch bei Vereinen sein. Also du kannst ja auch keine Titel holen, wenn du der Kane bist und bei Tottenham spielst. Das Leben lang. Du kannst dich schon fragen, soll ich zu Bayern und halt Titel holen, die ich geschenkt sind quasi. Oder kann ich direkt in die Wieste? Ich habe ja noch keinen Titel geholt. Nein, es wäre natürlich ein Debargel gewesen. Du kannst ja auch in Europa bei Vereinen spielen und nichts gewinnen. Ja, das ist so. Das ist so. Theoretisch. Aber wie hättest du dich entschieden? Mit 30? Ich habe früher immer gesagt, dass China das Thema war. Und dann ganz viele Leute haben das nicht verstanden. Und ich habe immer gesagt, ich würde locker ein Jahr auf China. Ich fände das geil. Ich würde mit 34 auf China. Und dann würde ich mit 35, wenn sie mich noch wollen, noch ein Jahr Japan machen. Und dann würde ich mit 37 noch ein Jahr Malaysia oder Thailand. Solange ich meine Beine trage, würde ich Erfahrungen sammeln wollen. Macht es einen Unterschied, ob alles gewonnen hast oder nichts gewonnen hast? Das macht für mich einen gewaltigen Unterschied. Weil ich würde als Fussballer, der sein ganzes Leben seit klein, du gibst alles dafür, du opferst alles, du gehst nicht mit deinen Freunden zu vielen Ausgangs, was die anderen machen, du hast alles im Fussball unterordnet. Wenn du so weit kommst, ziemlich sicher, bis auf ein paar wenige. Ich würde mir etwas in die Vitrine stellen wollen. Ja. Und das sind Titel. Und das kann sein, Schweizer Meister im FCB. Und das fände ich sehr, sehr geil. Auch als Spieler, der vielleicht in einer etwas grösseren Liga nicht so viel gewonnen hat. Oder wenn ich an Dings denke, an unseren Il Muro. Der kommt hierher und dann holen wir den Titel noch. Ja, ja. Eben, und das ist doch einfach geil. Da reden wir jetzt noch davon. Wir lieben diese Spieler noch. Wir vergöttern sie. Ich habe mit Michaelis davon gehabt. Auch in Basel. Da wirst du, wir werden für immer über so Spieler reden. Und ziemlich sicher in Saudi-Arabien nicht. Nicht. Also vielleicht über Ronaldo werden die noch ein bisschen reden. Aber irgendwann ist das Spielzeug vorbei. Und dann ist es vielleicht eins okay. Vielleicht holen sie dann die gesamte NHL auf Saudi-Arabien. Aber hast du das Gefühl, es nimmt das gleiche Ende wie China? Also sprich, wie lange ist China gegangen? Fünf? Ich glaube, so fünf, also richtig angegriffen, wenn es gerade nur so zwei, drei Jahre. Wo der Cannavar und alle die gegangen sind. Aber hast du das Gefühl, Saudi-Arabien wirst denselben sein? Also ich traue Saudi-Arabien zu, dass sie wirklich einen Plan haben, um langfristig etwas zu machen. Weil das machen sie eigentlich mit allem. Also sogar sein Öl geht aus. Wir setzen auf die Solarenergie. Und wir bauen auch Sachen, die zukunftsorientiert sind. Und es kann schon sein, dass es mit dem Fussball auch so ist, dass sie die Brücke schlagen. Nach Europa. Irgendwo. Es kann aber genauso gut sein, dass sie irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr. Fussball verboten. Ja. Ich kann es nicht abschätzen. Ich auch nicht. Niemals? Vom Gefühl her, also Bauchgefühl, wird es das gleiche Ende wie China. Ich glaube, das sind jetzt einfach, wie du sagst, so ein bisschen Spielzeuge, die sie haben und wo, ja, wo irgendwann mal nicht mehr interessant sind. Und dann wird das Nächste interessant. Ja. Es nimmt gewisse Sachen. Ronaldo sagt jetzt zum Beispiel immer, ich habe es allen nicht gesagt und jetzt kommen alle und so. Holt er jetzt wirklich dort und schaut die Champions League. Und dann denkt er, pff, aber ich, ich sitze hier in Saudi-Arabia, das ist viel geiler als… Das kannst du doch vergessen. Das kannst du vergessen. Das scheisst doch jeder an. Die schauen doch alle Champions League und es kackt sich an. Aber der Messi, der denkt, ich sitze hier in Miami und schieße da meine Elf Kärren in dem Spiel. Sorry, der Messi hat sich zum Gold definitiv. Du musst nicht mehr diskutieren. Es ist so geil. Und so in der Ami-Liga ist ja auch, wir müssen ja auch belächeln, als wenn er gesehen hat, wie viel Platz sie in der Messi haben. Also das ist ja, das siehst du schon in der Super League nicht. Das ist ja der uns haaresträubend. Aber hast du das Gold, der Bass gesehen, wo er vier, fünf Verteidigungen, wo er vielleicht den Ball wiederbekommt? Willst du mich verarschen? Er macht das so geil und ich glaube, der hat richtig, richtig Fun in Miami. Und das ist die beste Entscheidung. Ich glaube nicht, dass der jetzt auf Saudi-Arabia schaut und denkt, ich hätte noch 10, 20 Millionen mehr bekommen können. Nein. Nein. Und eben, also so ein Spieler, der alles gewonnen hat. Der kannst gehen. Der muss doch nicht auf Saudi-Arabia. Also er könnte sogar. Aber mach doch, mach doch eben etwas fürs Erlebnis mehr. In einem Land, wo du dich auch ein bisschen frei bewegen kannst, wo du Fun haben kannst, wo es noch andere Sport-Superstars hat. Gang und Basketball, NBA-Match, Gang und Dänage-Match. Ja, aber ich, das müssen wir nicht diskutieren. Das sind wir beide große Fans und wir würden das Leben leben. Der Shaqiri, der dann irgendwo zu den Bulls geht und sein Trikot bekommt. Und mit dem, 23 drauf sogar, ich weiss gar nicht, das war einmal crazy gewesen. Aber, ja, das wäre auch das Leben, das ich heute wollte. Übrigens, gerade musste ich lachen wegen, was ist es, Sprinter? Wo, vor den World Champion, ich weiss nicht. Der Liles. Der Liles, genau. Über diese Diskussion habe ich es so herrlich gefunden. Man, sie werden einfach ums Verrecken Weltmeister sein in der NBA. Und Spieler können es nicht verstehen, dass er das jetzt rauslässt. Es ist krass. Sie sind NBA-Champions, sie sind Weltmeister, weil es ist die beste Liga. Und er hat so recht? Natürlich, jeder checkt, dass er recht hat. Das wäre wie wenn ich jetzt Premier League oder Champions League würde sagen. Champions League-Gewinner ist Weltmeister. Ist Weltmeister. Das ist ja völlig lächerlich, das ist ja abstrus. Wir spielen ja sogar noch gegen die anderen Konföderationen. Also, wie heisst das? Super gut, nein, was ist das? Club-WM ist doch das, oder? Genau. Ja, ja. Aber ja, anderes Thema. Nein, ich wäre auch, ich wäre, ich wäre wohl, also eben, wenn es nur eine solche Liga gibt. Ich habe immer gesagt, auch früher schon, USA hat mich gereizt. Auch schon wirklich ganz früher, so die spezielle Liga. Und dann habe ich immer gesagt, ich hätte sogar China gemacht. Japan hat mich immer massiv gereizt. Also hat mich als Spieler massiv gereizt. Aber ja, wo sind wir beide schon dort gewesen? Haben sie bereist, finden wir cool. Aber ich wäre auch ein 35-jähriger Jahr auf Saudi-Arabien, wenn die mit dem Angebot gekommen wären. Aber eher, wenn wir jetzt irgendwie nach 25 Jahren Karriere beim FCB, der FCB-Seite mit 35, 36 Stärke. Ah, genau. Und dann machst du das? Ich glaube, es reicht doch nicht mehr für uns. Bin ich voll bei dir. Und dann sage ich, gut, ich gehe ein Jahr zu All-IT-Harts für 25 Millionen. Ja, und es gibt ja so Spiele, die das machen. Man nutzt Pfannenstiel. Er ist auch ein Weltenbummler. Er ist auch ein richtiger Weltenbummler. Und dann haben wir ja noch einen Schweizer, der auch lange in Thailand gekriegt hat. Ja, ich weiss, wer, aber ich hoffe, man kann auch nicht sehen. Ist nicht der Oma Kondi auch mal ganz weit da gewesen? Doch, der war auch noch in Thailand. Ja, eben, solche Sachen. Ich meine, wieso nicht? Mach es. Du kriegst halt dort einen Monatslohn. Unbedingt. Mach es. Ach Gott. Aber dann erlebe schon. Ich habe auf Australien gehen. Was musste ich machen? Irgendwelche... Schafe? Oder was? Nein, Schafe-Schere. Ich durfte nicht, aber ich habe mich beworben auf irgendwas zu pflücken. Irgendwelche müssen pflücken. Dann habe ich aber... Ich hätte EU-Bürger sein müssen, sie hätte mich nicht... Okay. Ach so. Etwas zum Essen, glaube ich. Aha. Nicht zum Anziehen. Scheisse, Mann. Nein, es ist wirklich... Und das habe ich nicht durften. Das hättest du auch gemacht. Für 1'000 Dollar im Monat. Ja, nix. Um einfach das Land zu erleben. Aber es sind wir einen Huren lang ausgeschweift. Da haben wir noch ein bisschen über den FCB reden. Über das Kader. Über den Kader. Das Kader. Ich habe gar nicht, wie man es sagt. Das Kader, der Kader. Über das Team. Über das Team. Ich habe Timo Schulz, den ich auch cool gefunden habe, wie er geredet hat, im Penalty-Podcast von Basilisk. Er ist einfach ein sympathischer Typ. Ja. Ich weiss nicht, wie gut er das anbekommt. Jetzt hier 35 Neuzugänge. Aus dieser Mannschaftsform. Aber, wie wir schon vorher gesagt haben, wir hatten Zeit. Wir hatten Zeit. Also, zwei Wochen plus minus mit dem Goethe-Match. Wo wir, viele von diesen Spielern jetzt trotzdem schon da gewesen sind. Oder sicher schon zehn Tage. Also, ich glaube, da kann man schon erwarten, dass du im Match plus minus weisst, wie es die Spielidee ist. Ja, und sei mir ehrlich, viel schlechter. Ich kann es jetzt also schon nicht daherkommen. Also, die ersten Spiele sind ja recht graus gewesen. Hard to watch. Ja, und von dem her, wir haben Spiele mit Qualität geholt. Das zeigen Zahlen, das zeigen die Videos, glaube ich. Und auch, wie sie sich präsentieren bis jetzt. Und wenn das zusammen funktioniert, wenn das gickt, dann kommt das gut. Bin ich überzeugt. Also, zum Beispiel, ein Verteidiger der Baris jetzt, den ich, ich kenne nicht, aber vom Gefühl her, Optik. Ich habe das Gefühl, der zusammen mit dem Go-Mass, dass ich glaube, dass Verteidigung offen hält. Ja, das glaube ich auch. Das ist, der geht für mich in die Richtung Mastorovic. Also, jetzt vom Auftreten her. Ja, das ist ein Türsteher. Ja. Und das ist einfach, das ist jetzt einfach die Optik, aber du weisst einfach, dass das wird auf dem Platz so ausgesehen, ziemlich sicher. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der zu einem nervösen Hirnerhafen-Typ ist, der Fehler macht. Nein, und du siehst ein Highlight-Video von ihm, wo einfach nur Grätschner sind. Das ist so Grätschner, du. Ja, aber das zeigt es doch schon. Ja, und dann eben der Van Bremen, wenn der eine zurückkam auf die Bank, ich glaube, der macht die Entwicklung, dass der jetzt so viel Druck hatte, das ist schwierig halt als Innenverteidiger. Und er hat es nicht so schlecht gemacht. Ja. Also, wenn man jetzt von der Bank nachkommt oder halt auch spielen tut, ich glaube, wenn er so ein, zwei Führungsspielen nebenan hat, wird der gut sein. Ja, in einer Dreierinnenverteidigung kannst du das sicher bringen. Ich finde, ja. Wer mich recht überzeugt hat in dem Match, lustgeweiss, ist der Giga gewesen. Ich habe den gut gefunden. Der wird aber jetzt anscheinend noch ausgelehnt, was man so gehört. Er war auch nicht im Training gewesen. Und dann haben wir noch, ja, eben, ich glaube, die Verteidigung, ja. Hättest du vielleicht noch einen holen, vielleicht noch aussen einen, wenn es dem Galafiori geht. Ich wollte zum Galafiori noch kurz sagen. Da haben wir ja auch, da müssen wir 40 Prozent an das Raum abdrücken. Und jetzt reden wir, glaube ich, von dreieinhalb Millionen. Nicht viel, aber wir müssen auch nicht so viel abdrücken. Aber 40 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung eigentlich ist so clever, dass du dort hoch bist und bei der Ablösung tief, wenn du selber so eine, eben, weil es die Hälfte immer schon abgegeben ist. Ja. Also, was ich für mich noch für eine Frage gestellt habe, wie spielen wir? Spielen wir wirklich mit Dreierabwehr? Mit alles gesehen, ja. Drei, vier, drei, vier, eins, zwei. Ich meine, wenn du klassisch mit einer Vierabwehr, mit zwei Innenverteidiger spielst, dann musst du wahrscheinlich aussen noch einen holen. So mit den Innenverteidigern kann es funktionieren. Ja, klar. Ich weiss nicht, ob wir mit Schmid als linker Verteidiger planen, wie mit Schmid als linker Verteidiger. Und der Schmid hat mich jetzt in den ersten Matchen eigentlich sehr überzeugt, muss ich sagen, so vom Auftreten her. Er hat Gras gefressen, das hat mir gefallen und ich glaube, er könnte ein wichtiger Spieler werden. Und auf der rechten Seite haben wir den Mohamed Trager geholt. Und ich darf jetzt nicht behaupten, dass ich mich extrem auf ihn konzentriert habe auf den Luzernmatch, aber er ist mir aufgefallen. Das ist auch wieder, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein Topmann von uns. Können wir brauchen, um mit einem langen Führer unterm Dach zu machen. Also, das ist ein spannender Transfer. Also, der Lopez reisst sich das Reizband. Das ist halt schade. Der ist wohl eventuell abgelaufen bei uns, kommt halt ein bisschen darauf an, wie es läuft. Und dann haben wir für mich sauspannende Personalien, wo wir auch schon früh, früh eigentlich gewusst haben, dass der eventuell kommt. Weil er da gesehen worden ist, von einem reindrückten Zuhörer im Restaurant, das ist Renato Weiger. Wo man abstruse Geschichten liest, im Augsburg-Forum anscheinend 50 Mal spät ins Training kam. Okay. Also, gut. Und dann zahlt man von diesem Typ 5 Millionen. Und wie gut müsste denn das sein? Ja, das muss richtig gut sein. Das liegt jetzt am Tränenteam, dem ein bisschen die Flausel in diesem Fall. Flausel, wie gesagt. Flausel. Sicher Alkoholfähne. Ja. Nein, die Flausel ein bisschen auszutreiben. Und wenn das einer ist, der trainiert, was man gehört, ist ja, der Fussballer ist hochbegabt. Aber von dem habe ich irgendwie wirklich keine Angst, dass jetzt einer da so ganz blöd tut beim FCB. Das glaube ich einfach irgendwie nicht. Nein, und unter der Woche kannst du eh nirgendwo fahren in der Stadt. Das ist ja so, Mann. Erstmal sehe ich es sicher überall jeden und es läuft eh nicht. Also gehst du eh am Elf ins Nest. Das ist wohl absolut richtig scheisse. Nein, aber es ist einfach, mir ist doch wirklich ins Risiko gegangen, so viel Geld zu investieren. Und er wollte auch wirklich kommen. Anscheinend hat Berner auch wollen. Er hat zum FCB wollen. Das ist jetzt nicht das schlechteste Zeichen. Ja. Also bin ich extrem gespannt? Ja, das ist einfach, ich finde mir ein spannendes Garten. Sigua, Essiam, beide haben einen Ansatz gezeigt. Ich weiss nicht, ob Essiam jetzt auch noch ausgelehnt wird. Das ist auch möglich. Okay. Dass der noch muss gehen, aber er hat einen riesen Gump gemacht. Ja. Schnell ist er. Also pfff. Aber ich habe das schon immer sehr interessant gefunden. Das habe ich auch immer offen gesagt. Und dann hat er richtig schlechte Spiele gehabt. Das ist so. Aber so von der Personalie finde ich ihn eigentlich hochinteressant. Ja, ist wahr. Ich glaube auch, dass er eine langefristige hoffentlich eine Zukunft hat beim FCB. Also er ist immer noch erst 19. Und wenn du ihn jetzt auslehnen kannst, zu einem interessanten Verein, wo er viel spielen kann, kann er keinen Weg angehen. Vielleicht ist es auch eine League Dürr oder so etwas. Könnte ja auch sein. Ich weiss nicht, ob das für ihn passt. Oder schön, weil er am liebsten wäre, hey, jetzt ist er eigentlich Super League, wo er spielt. Geht's ja, warst du typisch. Ja. Das wäre geil, ja. Also würde ich voll sehen. Und dann hast du hinten noch so einen Dürr-Sea, der einfach nur verletzt war, den du auch nicht weisst. Der hat ja eigentlich auch viele Vorschuss-Lower-Präer bekommen. Und ich denke, wenn man es den Müller gibt, gibt man ihn, weil man denkt, Dürr-Sea ist besser. Hast du immer noch den K.D. und den Junior in der Hinterhand, der auch ein bisschen gezeigt hat, dass er etwas kann. Da sind noch Spieler gekommen wie Yusuf Demir. Weisst du, also ganz ehrlich, wir haben am Sonntag diesen Match. Wir haben so lange nicht Fussball schauen. Und jetzt gehen wir in das Stadion, so eine komplett neue Mannschaft. Allein schon, jetzt weisst du ja nur Wert, ein Stadion zu gehen, wegen Yusuf Demir. Wir wissen nicht, was wir erwarten können. Aber der Typ ist... Weisst du, wie gut war der Typ? Was man von ihm gesehen hat, was er regelmässig schüttet hat, und was man auch jetzt noch von ihm gehört, das ist ein Kaliber, den wir so selten mal in diesem jungen Alter bei uns gehabt haben. Nein, noch nie. Er hat bei Barcelona ein Spiel gemacht, das haben wir eigentlich noch nie, wahrscheinlich wirklich noch nie bei uns gehabt. Also ich möchte nicht die Erwartung wieder hoch schrauben. Und ich kenne ja auch viele Dossen, die immer noch sagen, ich glaube, wir steigen ab. Oder wir werden Glück haben, in die Top 6 zu kommen. Aber ich sage denen einfach auch, es kann genau so sein, dass der Demir gegen FZZ einfach mal schnell drei auslässt und, keine Ahnung, einen No-Look-Pass im Alone im Fies macht. Einfach, es könnte richtig lustig werden. Und das ist ja nicht der Einzige, wo wir uns darauf freuen. Da kommt ja auch der Juan Carlos Gauta. Ein argentinischer U20-Spieler, ein riesen Talent, wie man liest in Argentinien. Von dem halten wir richtig viel. Da zahlen wir nochmal schnell 4,5 Millionen Dollar. Und der Typ, sorry, der ist richtig gut. Da nehme ich mich wirklich wundern, wie das gegangen ist, wie der Transfer zustande gekommen ist. Weisst du, aber da habe ich ehemalige Spieler von uns. Der Delgado ja hundertprozentig. Eben, und dann ist es cool. Also der nächste, der nächste, gerade Palacios hat es nicht mega funktioniert bei uns. Der ist schon fri in der Wüste. Aber, also ich, ich freue mich über die alle jetzt. Da, du darfst ja nicht gerade, die sind ganz jung. Der ist 19, der kommt jetzt so an, es regnet den ganzen Tag, der hat gerade eine kleine Depression. Nein, dem geht es gut, aber. Ich habe so momentan das Gefühl, wir haben das Bild, was nennen wir für ein berühmtes Bild, die Mona Lisa, haben wir beurteilt, wo, ja, wo erst die Hälfte gemalt war. Und, und, und jetzt sind alle Pinselstriche auf der Leinwand. Oder fast alle, vielleicht fehlen noch zwei, drei. Ähm, und, und, und jetzt werden wir dann langsam sehen, welche Richtung, dass es gehen kann. Ja. Wir dürfen nicht jetzt alles auf dem FCZ spielen, natürlich. Also wir müssen auch ein bisschen Zeit geben. Also es ist auch Druck, ist es nicht, dankbarst die erste Gegend. Und gerade so ein bisschen das Hassduell. Nein. Aber so Ende Oktober wissen wir mehr. Ich sage, Ende Oktober können wir dann einmal zusammensitzen und sagen, okay, doch, es geht in die Richtung. Aber es sind natürlich alle Spieler jetzt gekommen, die sich nicht in die Hose machen vor der Kulisse. Also wenn du eben, Demi, der in Barcelona gespielt hat oder der Gaito, der in Argentinien gespielt hat, klar bist du ein bisschen nervös, aber nicht. Man muss einfach immer sehen, vorher die Spieler, die wir jetzt geholt haben, die eben durch den Bari oder so, eben der hat vor 2000 Zuschauern gespielt. Und wenn dann quasi der erste Mal in Basel, Zürich, volle Hütte und es wird laut sein, man weiß ja alles, es wird laut und es wird grusig. Du bist nervös. Ja, das ist so. Und klar, und jetzt haben wir dann statt ein paar, ziemlich sicher der Jovanovic vorne im Sturm, wo ich einfach das Gefühl habe, ich habe das Gefühl, der wird richtig viele Goalschiessen. Das Gefühl habe ich allerdings auch. Ich habe das Gefühl. Ich habe wirklich das Gefühl, der macht schon gegen Zürich einen, der wird ein nach dem anderen hineinmontieren. Ja, also er bringt auf jeden Fall alle Anlagen mit. Die Frage ist, werden wir so schütten, dass wir von seinen Qualitäten profitieren können. Ja, und wenn ja, dann werden wir Freude an. Ich denke es auch. Die Luft dünne wird wohl von August auch. Ja, seien wir ehrlich, also da warten wir auch noch ein Angebot aus. Das ist so. Ja, er hat immer noch die Chance, als Bankspieler aber noch etwas machen kann. Ich weiß nicht, weil der Hunziger hat auch ein Kreuzband gerissen, das ist extrem schade, weil er hat gute Ansätze gezeigt, aber eben so, ja, das hat mich auch mal gesagt. Auch der Malone, den ich gesehen habe, also im Köp habe ich nur gesehen, gegen Zweitligisten, aber ja, verdammt scheisse, man merkt, dass da die Qualität eingekauft worden ist. Ja, und das sind genau meine Gedanken, wir sind eh zu oft einer Meinung, das ist schlecht für einen Podcast, aber ich habe das Köp-Spiel, das habe ich auch gesehen, da kommt der Malone und du siehst einfach im ersten Kontakt, du siehst im Pass, den er macht, du siehst, wie er aufs Goal schießt und du merkst, okay, da kommt jetzt nicht oft am Eisbübeln, da kommt ein gestandener Spieler, der weiss, was er macht. Genau. Der darf schon jung sein. Ja. Jung, also 23, aber du eben, wie du sagst, das ist ein erwachsener Mann, mit ein paar Jahren Männerfussballerfahrung, der mit Druck auf das Goal will, mit Körper, mit Energie und ich glaube, von denen haben wir jetzt ein paar im Kader. Ausserdem haben wir sehr grosse Leute. Ja. Und eben dazwischen. Standard werden spannend. Die werden sehr spannend, weil ich glaube, wir haben zwei, drei, die können retten. Ja, und Union Berlin zeigt ja, wie du Match für Match kannst gewinnen, indem du auf gute Standards spielst. Ja. Es ist extrem wichtig und das haben wir extrem vernachlässigt, obwohl wir vielleicht sogar bei Eckbällen oder so, die haben irgendwo gute Statistiken gehabt. Das war ja nicht so schlecht. Nein, ist so, ja. Aber, wo ist es mal scheisse? Ah, direkte Freistösse. Ich mag mich nicht erinnern, wenn wir das letzte, ich glaube, der letzte direkte Freistoss, das ist glaube ich auch so. Das ist wohl ein Goal! Nein, ist ja nicht ganz, aber wir haben wirklich wenig gemacht in letzter Zeit. Ja, das ist, aber, also wäre nicht schlimm, wenn wir sonst Goals schiessen. Ja, eben. In einer Phase, in der man keine Goals schiessen, fällt es natürlich extrem auf. Das ist so. Emerson, im Grossen und Ganzen talentierte Truppen zusammen. Ich glaube, wir können uns, ich glaube, wir können uns freuen, schon gegen Zürich, sicher auf das, was nachkommt. Natürlich, wenn wir jetzt auf den Sack kriegen, dann müssen wir wieder reden. Dann müssen wir wieder reden. Also, du hast so richtig auf den Sack. Ja. 0-4 gegen den FC Zürich. Ja, die haben doch mit dem CEO die Kurve, weil er da draußen hat, weil er so arrogant ist. Ich glaube, die halbe Geschäftsstelle hat er abrasiert. Und, ja, die haben auch so Probleme. Auf dem Platz haben sie gerade keine Probleme, sie spielen wirklich stark. Aber ich glaube, also, ich erwarte einmal mehr Sieg bereits jetzt von dieser Mannschaft. Ja, das ist möglich. Und wenn es am Schluss einen 1-1 gibt oder einen guten Match, dann, ich will einfach, dass man merkt, es kann etwas passieren, diese Saison. Ja, wir dürfen einfach nicht fehlen machen, egal, wie es herauskommt. Entweder in Euphorie zu verfallen oder dann wieder zu Tode betrübt zu sein, wenn es nicht gerade vor Spiel 1 funktioniert hat. Egal, was es gibt, ob es jetzt ein 5-0 oder ein 0-5 gibt, geben wir diesen Jungs und vor allem Schulz genügend Zeit, ja, zum Zusammenwachsen. Ja, und ich glaube, aber in Basel hast du die Zeit nicht. Ich weiss. Wenn wir 4-0 gewinnen gegen Zürich, werden wir alle von den meisten Titeln reden, inklusive mir. Wenn wir 4-0 verlieren, werden viele vom Abstieg reden. Ich vielleicht noch nicht gerade, aber einige, es geht sehr schnell, aber wie du sagst, eigentlich hätten wir Zeit. Diese Saison, das Ziel muss ich europäisch spielen, viel mehr Druck. Und mit diesem Modus, ja. Da kann ja nichts passieren, als FCB. Theoretisch. Theoretisch. Yes. Also eigentlich müsstest du das erreichen und nächstes Jahr kannst du eigentlich, wenn es plus minus normal läuft, richtig angriffen, denke ich. von dem kannst du aufbauen. Ja. Und wenn du halt nochmal die ganze Manche verlierst für die gleichen Konditionen, dann kommst du halt wieder von 50 Millionen einkaufen. Das wird's auch wieder okay. Ja, also, wie ich gesagt habe, ich hoffe schon nicht, dass es das Neue normal ist, sagen wir mal. Aber wenn es dann so wäre, dann, ja, dann nehmen wir es. Wir haben ja eh keine andere Wahl. Spannend dann ist dafür, dass du immer wieder neue Spieler hast und dass du dich darauf freuen kannst, wie wir uns jetzt auf ein Dimi freuen, wie wir auf einen Jovanovic freuen. Ja, dann ist es halt so, dann freuen wir uns auf andere Sachen. Ja, das ist aber genau das. Ja, das ist so. Aber ich, trotzdem, ich habe die Hoffnung, dass da etwas basieren kann und das werden wir relativ schnell rausfinden. Aber, ja, lassen wir die Jungs zuerst mal zusammentrainieren und dann freuen wir uns auf Zürich am Sonntag. Ich hoffe, dir sind auch alle mit dabei im Stadion. Das wird laut, das wird super. Das Bier wird schmecken. Es wird, glaube ich, einigermassen warm. Ich glaube, der Sommer kommt nochmal ein bisschen zurück. Sehr gut. Ja, das wird super. Also, wir sind sehr gespannt. Ich freue mich. Wir freuen uns alle, die 221, die haben, was haben sie gemacht? 2-2, 2-2, glaube ich, IB. Der erste Punkt holt immerhin. Ja, müssen wir nicht mehr zu viel darüber reden, machen wir für den anderen Mal über die Jungen, weil wir haben schon fast eine Stunde auf der Uhr und darum wünsche ich euch allen Dosen einen wunderbaren Rest der Woche und dir, Dave, einmal mehr. Danke vielmals. Es ist, glaube ich, eine coole Episode geworden. Cooles Gespräch gewesen. Tschüss zusammen. Ciao.